Halli halli meine Freunde und willkommen zum bereits zehnten Part von Let's Play Doom. Es geht Schlag auf Schlag weiter und ähm... Ja, wir sind jetzt hier angekommen. Ah! Zuerst mal gucken, ob es auch was anderes zum holen gibt. Das wäre Munition. Ah, jetzt habe ich Munition bekommen. Leben. So. Wir deaktivieren den Tower nur für kurze Zeit. Du musst jede Linse einzeln entfernen. Öffne die Scharniere, dann gleiten die Hülle nach. Achtung, Energiekontamination entdeckt. Jetzt müssen wir noch zweifeln. Die Erzeugung von Argen, Energie zu verhindern, ist nicht nötig. Und jetzt? Hierdurch kann ich nicht. Das heißt, ich habe mich vorhin ohne Witz extra gewartet. Dass dieses Geräusch weggeht. Von außen. Zehn Minuten Pause gemacht. Und jetzt kommt es wieder. Wenn ich anfange. Naja. Gleich geht es irgendwo hier durch. Da hinten vielleicht. Das sieht schon gut aus. Hat er dieser verdammte Arschloch. Das ist die Hacker am Machen. Direkt vor meinem Fenster. Okay. Was? Ich nehme die Schroplinte. Weg mit euch dummen Imps. Du wachst es! Hey! Come on! So viele Schüsse habe ich verbraucht. Puh. Und wieder zurück zur Pistole. Wie gewohnt. Das wäre noch ein bisschen Heilung gewesen. Aber die brauche ich nicht. Die brauchen Munition für die Raketenwerfer und Schroplinte. Schroplinte. Ah! Geil! Geil, geil, geil. So. Jetzt die Munition verbessern. So. Noch eine Agentzelle. Munition! Jetzt habe ich sogar überall Maximalmunition bekommen. 30 Schroplinte. 200 Plasma, 120 für das Sturmgewehr und der Raketenwerfer ist auf 20 hoch. Ja, geil. Hat es sich ja gelohnt hier hinzukommen. Und hier geht es direkt weiter. Sehe ich das richtig? Ganz genau. Der Orientierungssinn hat für einmal funktioniert. Hier ist noch eins. Hör auf. Die Höllenenergie ist ohne Filter nutzlos. Leck mich. Achtung. Energiekostaminat. Was du da zerstörst, ist wertvoller als du dir vorstellen kannst. Ist mir doch scheißegal. Eine perfekte, unbegrenzt vorhandene Energiequelle. Ich scheiße auf diese Energiequelle. Ich will hier raus. Ich will dieses Spiel beenden. Oh. Ach gut, ich habe ja schon Maximal. Oh, hallo. Okay. Zerstören wir die beiden zuerst mal. So, und jetzt das Nest. Weg damit. Okay, jetzt habe ich sie wütend gemacht. Und Großer. Komm schon. Mit dem Plasma-Gewehr ist der schnell weg. Jawollo. 60 Schuss. Noch einer. Guck mal, noch mal das Plasma-Gewehr. Kommt nur. Zack. Okay, geile. Geil. Gerade nicht gemerkt. Komm. Hey, 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 hey. Langsam. So, der ist weg. Speicherpunkt. Das war wieder mal was. Da ist noch Rüstung und Munition. Geiler Scheiß. Ja, scheiß Facebook. Ich habe es schon wieder nicht geschlossen. Da geht es nicht rauf. So. Bisschen nach Munition suchen. War ich hier schon? Ja. Sieht ganz danach aus. Okay. Ah, da oben ist noch eine Tür. Oakley, doakley. Gehen wir mal da rein. Vielleicht ist da irgendwas Schönes drin. Ja. Noch mehr von denen. Komm, explodier endlich. Jawohl. Weißt du was? Uh, da hat es noch Imps. Schön aufladen. Und zack. Oh Gott. So, dann... Hey, 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 hey. Mein Freund. Langsam. Alter, der macht einen verdammten Damage. Ist da irgendwo ein Nest oder was? Der muss doch fast ein Nest sein. Nee, aber ein Speicherpunkt. Und ein Waffenpunkt. So. Was haben wir hier Schönes? Das ist nichts für mich. Höllenschinder. Ah. Ja, ja, ja. Sehr schön. Ist hier unten auch noch was? Da war ich noch nicht. Yes, baby. So, nochmal hier Schönes. Ein bisschen auf Erkundungstour. Zisch ab, Freund. Kommt schon. Sterben müsst ihr. Ah, das ist die Rückseite von... Ja, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, wo ich bin. Oder auch nicht. Nee, kein Dunst. Aber ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist natürlich auch was Schönes. Munition. Für alles. Geil. Eine coole Sache. So, jetzt. Wo geht's durch? Da durch. Und springen. Oh, das war... Du wachst es. What the fuck? Ah, nee. Ich dachte schon. Och, geh mit der Schrobflinte rein. Schilde. Her damit. Oh, scheiße. Zerschlöchen. Und schnell wieder weg. Ah, ich gehe natürlich direkt zum Großen. Ich kann nicht raus. Ich muss es so machen. Ja. Genau. Kommt schon. Und zack. Kommt schon. Warum habe ich die Pistole dabei? Fack's gar nicht erst. Schon verpisst euch. Wie viele Schüsse bauten der Kollege hier. Da haben wir noch ein paar. Warum läuft ihr weg? Hey. Oh, oh, oh. Der war nice, du. Warum stürmst du auf mich zu? Oh. Das wollte ich nicht. Ich hätte schießen sollen. Na ja. Erledige ich ihn halt damit. Wo ist er? Wo ist er hin? Da haben wir den Kollegen. Und tschüss. Vielen Dank. Für die Blumen. Vielen Dank. Es ist so schön. Was haben wir denn hier schönes? Uh. Kodex-Eintrag. Hast. Dies wäre möglich, sich blitzschnell zu bewegen. Geiler Shit. So, jetzt geht's hier durch. Schilde. Munition. Und zerstören. Ja, jetzt haben wir alle drei. So, und jetzt? Schaltet den... Agent... Okay. What the hell? So, wo sind sie? Hallo? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich brauche eine höhere Position. Hey. Dieses Scheiß-Teil. Oh Gott. Komm schon, ich brauche Leben. Ich brauche Leben. What the hell is this? Komm schon, Leben. Hoi. Wo ist es hin? Komm, ich nehme das Plasma-Gewehr. Willst du endlich sterben? Jetzt. Was zur Hölle ist denn das bitte? Ein Summoner. Puh, der Summoner ist ein gerissener Gegner, der eher als defensive Beschwörungseinheit dient. Während sich die Dämonen-Horden auf die Gegner stürzen, hält der Summoner den Kampf am Bluff, indem er einen Riss zur Hölle öffnet, durch den Verstärkung eintrifft. Um nicht von den Horden überrannt zu werden, sollte der Summoner bei jeder gewählten Strategie ein Primärziel sein. Ja. Für den Summoner. Leben noch mehr? Ja. Oh. Scheiße, ich wollte es nicht. So, Speicherpunkt. Gut. Okay. Ich habe fast keine Munition mehr mit dem Gewehr. Wir haben diese Technik Jahrzehnte perfektioniert und verkauft. Die Höllenenergie ist dank unserer Wissenschaft nutzbar und sicher. Und wir haben eine Energiekrise gelöst, für die es keine Antworten gab. Es funktioniert. Du darfst das nicht tun. Doch, ich darf das tun. Weißt du, warum? Weil ich der Barbo bin. Ich bin der Barbo. Und sie nur wissen, wo es durchgeht. Jetzt haben wir denn hier... Oh, ich habe fünf Waffen-Mods. Heilige Scheiße. Ähm. Hier könnte ich was machen. Taktik, Zielfernrohr. Bewege dich schneller. Beim Zoomen abgefeuerte Kugel verursachen zusätzlichen Kopfschussschaden. Abgefeuerte Kugel durchdringen ihr Ziel. Und den machen wir auch gleich. So. Nice. So, gehen wir mal hier durch. Das sieht mir richtig aus. Probieren wir es gleich mal aus. Heilige Scheiße. Das ist jetzt ja fast wie ein Sniper-Gewährte. Zuerst den hier. Und jetzt du. Schilder habe ich keine mehr. Was hast denn du hier Schönes? Jawohl. Eine Bretonen-Marke. Hier schon wieder neue Sachen. Neue Monster. Tutorials. So, ich habe zweimal für die Rüstung, was? Äh, was nehme ich? Verbessert das Tempo. Bestimmt Aktionen. Du wechselst schneller die Waffe. Ja, danke. Ja, schon viel besser. Schon viel angenehmer. Da drüben ist ein Nest. Oh Mann. Warum? So, ähm. Aber ich beende den Part jetzt. Weil wir haben 16 Minuten. Machen wir hier die Pause. So, ich bedanke mich gerade sehr viel fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Tschüss.